...die Stimme, nach dem Genozid, nach der Schande, also die 40.000 Kinder, Frauen, erhebte alle Stimmen. 36.000 Tote mit in Gaza. ...und die staatlichen Bürger, gegen die Verbrechen, gegen die Menschen aufzutreten. Diese Regierungen werden von Menschen gewähren von Bürgern. Diese Politiker, diese Mitglieder, sie gehören zur Straf dafür. ...zige behören zur Regierung ist das Freiheit, Freiheit für die Palästina! Freiheit, Freiheit für die Palästina! Ich hoffe, ich bin Jenozid. Ich hoffe, dass man sagt, dass das Dich von 540.000 an der Zentrale Frauen, Babys, Krieger erhebt eine Stimme. Es ist unsere moranische Huber mit der man Verpflichtung, unsere Stimme zu erheben. Und was wir am 7. Oktober durch die Jugendshandlung vorgefahren, die Stimme keine Ahnung mehr erhoben. Das wird nur das, was man immer muss, eine Verbindung zu sehen. Über 50.000 ermordete Frauen! Ein Nie wieder haste, ein Nie wieder! Sagt der Brückerung von Gasserstrahl, wenn es Vertrieben wurde. Wir reden fast noch kurz zerstört. Ihr redet das, was pro Tag jetzt zerstört. Zwei Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Vertrechen von Fatouma. Die Band von 30.000 konnten auf die Menschen auch zu. Die erste reingeschirrt... Die Länder, über 40.000 ermordete! Die Band von 30.000 cyclone zum Ausatmen. Die Band von 30.000 Getreignung. Die Band von 30.000 haben.